Hallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Brilli. So hat sich der Brilli in der letzten Folge verabschiedet und deswegen wollte ich sie in dieser Folge so begrüßen. Hallo euer Brilli. Hier geht's lang. Boah, oin. Hier geht's lang. Da geht's lang. Tatsächlich, guck mal. Dreckige Lügensau. Ich wette, hier geht's wirklich irgendwo lang. Ich guck einfach lieber, man muss schon mal provisorisch. Okay, Gegner, 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 Gegner. Nur so eine kleine alte, kann man auch abstechen. Boah, ich hab in den Kopf gesperrt. Da kommt noch eine zweite Person. Monster-Person. Person, Alter, nenn das doch nicht Person. Person öffentlichen Rechts. Ärger, das ist... Woher willst du denn wissen, wie sich das Ding identifiziert, Brilli? Das weiß ich. Sie kamen mit einem Hirn, ne? Du kannst ihnen doch nicht den Personenstatus aussprechen. Sie identifizieren sich also genauso wie AfD-Politiker. Nein, das geht heutzutage nicht mehr, Brilli. Das geht so. Ohne Hirn. Ohne Hirn. Hier waren wir schon. Überhaupt nicht wahr. Geht's da link-weißer? Ja. Link, geh weiter, Link. Link, geh weiter. Hier rauscht. Ich glaube, es ist einfach nur hier so ein Rundgang, ne? Es rauscht. Ich guck mal, es rauscht. Es rauscht die Höhle am klappernden Bach. Was war denn da jetzt eben so hell? Sollen wir da noch hin? Das ist einfach nur dieser Rundgang hier gewesen. Ja, Erz. Oh, hier geht's runter. Nein! Ins Wasser. Ja, komm mal her. So, komm mal her, hier. Geht's nach unten ins Water. Oh, bring me the water. Ja, aber hier geht's nicht weiter, oder? Doch. Muss ja. Das ist der einzige Weg. The only way. The only way out. Is here a way out? Oh, no. Oh, is here just Asian food? Die Beine breit, Brilly. Ja. Ich weiß nicht, wo ich hier lang... Ich weiß nicht, wie viele Abzweigungen es überhaupt schon gab. Musst du dir beim nächsten Mal einen Zettel und Stift nehmen und mitzeichnen. Ist so. Oh, hier ist mein Stuhl. Und er macht immer so einen ersten Anführer, Junge. Sicherlich. Ach, man, hier ist mein Stift dabei. Ein Ohrensessel. Was klappert denn hier so? Du sammelt wohl Geld ein? Ich glaube, dass ich hier das Solarpanel aufstelle. Ich glaube, hier ist eine gute Idee. Ja, mach das. Das ist gut. Ja. Das brauchen wir jetzt auch. Das ist wichtig. Ey, warum sitzt der hier im Sessel, mitten in so einer Höhle? Die Logik manchmal verstehe ich nicht. Warum? Ja, um es auszumachen, Alter. Alter, was erzählst du? Logik. Er hat sich gedacht, nee, irgendwann kommt hier irgendwann mal jemand vorbei. Ich glaube, wir sind am Ausgang, Leute. Ja. Oh, geschafft. Ja. Nächste Höhle. Kein Spaß. Nein, Tageslicht. Alter, wo sind wir denn jetzt, bitte? Ich weiß nicht mehr, welcher es der Eingang war. Ah doch, am See, ne? Ja, aber ist das der See? Nee, das ist aber nicht der See, oder? Doch, das ist der See. Bist du sicher? Das ist der See, ja. Der sieht so klein aus. War der nicht größer? Nein, das war ein anderer See. Das ist der nicht. Das ist der nicht. Aber geradeaus wäre noch so ein Blinkepunkt, ne? Ja, ja, da können wir hingehen. Da gehen wir jetzt auch hin. Teil. Ja, geil. Also goldene Rüstung, Höhle, oder was? Eine Rüstung, die nichts bringt, weißt du? Ja. Aber, warte mal, das waren nicht nur die goldene Rüstung. Wir hatten noch, was hatten wir noch? Goggles. Die Goggles, das Solarpanel. Immer dieser Mähne, ne? Alles positiv sehen. Ekelhaft. Positiv ist es doch, Zeit mit euch zu verbringen. Ja, für dich. Aber stell dir mal vor, wie wärst du in unserer Haut? Zeit mit dir verbringen ist nur wirklich eine Qual. Das merkt er selber halt nicht, ne? Das ist ja... Deswegen sag ich es ihm immer wieder. Das würdet ihr, ja, aber dann würdet ihr es ja nicht machen, ne? Das reden sie sich dann immer ein. Das ist ja hier auf freiwilliger Basis. Ja, Mähne und ich, wir mögen uns halt, ne? Ja. Du bist dann halt quasi... Wenn du den mal sehen würdest, dann würdest du ihn nicht mehr mögen. Das erträgliche Leid. Ich bin nicht so oberflächlich wie du, Brüder. Hab dich ja auch schon zu mir nach Hause eingeladen, du Hässler. Ich habe ein abgestürzendes Flugzeug mit tausend Koffern vorbeigelaufen, glaube ich. Oh, geil. Hier geht's loot ohne Ende. Weiß jetzt hier die Schaufel. Endlich wieder Sonne, Junge. Hä, ist das der Dosenöffner? Ne. Wird doch wohl irgendjemand hier einen Dosenöffner an Bord gehabt haben. Dickes Monster da hinten. Was? Oder, ne, ein Elch. Das ist ein Elch! Warum stehen hier Golfcarts? Was ist das denn? Das hier war mal eine Landebahn oder ein Golfclub. Ja, ich gehe mal zum Flugzeug. Können wir uns bitte den Elch holen? Wir brauchen was zu essen. Nö, eigentlich nicht. Ich bin voll. Hier sind tausend Elche. Und da ist, hier ist so überall Nahrung drin. Du musst doch nur mal E gedrückt halten. Ich will aber Elchfleisch. Das habe ich jetzt gegessen. Leckerer. Schachtelhalm. Schachtelhalm collected. Okay. Hier gibt es eine Leiterplatte. Falls jemand will. Ja, will ich. Aber du bist ganz in die andere Richtung gegangen. Ja. Ich wollte nicht direkt zum Flugzeug. Hm. Du gehst immer sehr lange raus, du kleiner Tantrazer. Hier ist Gegner. So, hier. Armbandohr, Armbandohr. Hast du deinen Elch, ja? Ja, zwei Pfeile in die Fresse und dann liegt er da, Junge. Also, auf dem Flugzeugflügel liegt ein Prospekt. Alter. Ich will ja nichts sagen, aber ich habe hier Gegner am scheiß Start. Ja, ich kämpfe auch noch mit dem Elch. Und ein Haufen Kohle. Ich kämpfe aber nicht mit dem Elch. Money, money, money. It's a funny. Oh, der hat eine Lederjacke. Brilly, warum bist du da hinten? Warum sind wir nicht erstmal im Flugzeug? Hier sind tausend Gegner. Ja, Flugzeugluten, Junge. Flugzeug hat nur... Da liegt ein Flugzeug und du läufst in die andere Richtung. Das muss man doch nicht verstehen. Aber, man muss sagen, ähm... Alter, der ist sein Typ, sein Freund, oder was? Geil. Leider gibt es nicht viel im Flugzeug, außer eine Lederjacke. Und die habe ich schon. Ich will mal gucken, was der Brilly da hinten für Leiterplatten gefunden hat. Oh, los. Was war denn im Flieger? Irgendwas Wichtiges? Du willst mich doch jetzt veräppeln, oder? Was? Ich habe nicht zugehört, weil ich im Pfeil war. Ja, das habe ich gemerkt. Eine Lederjacke und ein Prospekt. Scheiße, das Prospekt brauche ich natürlich. Also, die Typen, die wir da haben, das ist eine exklusive Luxus-Bunker-Gemeinschaft. Welche Typen? Die Sekten-Typen? Ja. Also, prep hat es. Das sagt das, genau. Das sagt so quasi hier dieses Prospekt. Der war wirklich groß, den du hier gekillt hast. Ja. Der hat auch eine goldene Maske an. Ja. Das ist noch einer von denen. Ja. Ich habe Angst. Hier ist auch eine Leiterplatte bei euch. Wo hast du denn eigentlich die Leiterplatte gefunden eben? Ich finde die nicht. Irgendeinem, äh... Koffer da. Hm. Komisch. Na gut. Beine und Bogen raus. Ja, komm weg jetzt mit dem Prospekt. Ich habe es gesehen. Was ist denn? Huren-Wohnen. Wo ist er denn hin? Ist abgehauen. Na gut, dann gehen wir mal Richtung grün leuchtenden Punkt, oder? Ja, machen. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal kurz was... Juckt keinen. Danke auch, Brilli. Immer wieder schön mit dir zu spielen. Okay. Und sohn. Ne, dann warte mal auf den Doof. Mach gar nichts. Ich bin doch neben euch, Ast. Hinter dir kommt was, Brilli? Ja, du bist ein Loser. Oh, hier braucht man die Schaufel. Ich gehe kaputt. Ernsthaft? Ja, ich habe hier einen Grab gefunden, in dem man die Schaufel braucht. Ich bin doch nicht an dem Punkt. Also, vielleicht gibt es auch an dem Punkt die Schaufel. Aber wenn hier jemand ein Grab gegraben hat... Da sind mehrere Gräber hier auch. Ne, du bist genau da, wo ich bin, du Schnarchkopf. Da ist ein Gegner. Noch ein Elch! Hier kommt erst mal ein Gegner auf den Stein gejumpt. Ja, ich habe es gesehen. Du springst genau entgegen. Ha! Komm, wir kommen zur Belohnung jetzt die Schaufel. Sag... Oh, du hast mich besiegt! Als Belohnung bekommst du die Schaufel link. Ist down. Noch einer! Wo ist Robsten denn? Beim Punkt? Und, was gibt es da? Äh, Hurensohnlager. Portemonnaie? Portemonnaie? Okay. Dass die auch Geldbörsen bei sich tragen, finde ich interessant. Warum ist das, muss das eine Geldbörse sein? Das ist einfach ein Beutel. Ja, du weißt schon. Als ob die mit ihrem Geschick einen Reißverschluss aufkriegen würden. Das werden wir uns erzählen. Was habe ich jetzt gegessen? Guaranabäre. Und? Die roten Bären an den Büschen... Hurensohnlager mit Hurensöhnen. Hurensöhne greifen mich an. Rilly, hör auf mit dem Friendly Fire. Auch ein Teich ist hier. Ist auf den Baum gekleppt. Der hat hier. Oh, guck mal, der dicke Rote hier bei mir. Alter, was bist denn du für einer? Ja, die kennen wir schon. Der war das schon. Ich nicht. Stimmt, ich glaube, da war... Stimmt, in der Folge war mir noch nicht dabei. Das war schön. Ja, ne? Da waren wieder die Landvermesser am Start. Ja. Irgendwie sah es hier so nach Schaufel aus, aber man wird wohl wieder enttäuscht. Alter! Wer hat mich denn jetzt gekillt? Der dicke Rote! Ich dachte, er wäre tot. Er scheint mehrere zu geben. Ja, da ist er, da kommt er gesprungen. Hier muss man schaufeln. Na toll. Ja, hier muss man schaufeln. Kann doch nicht wahr sein, ey. Lebst du schon wieder? Ja. Überall muss man schaufeln, aber ohne Schaufel kann doch nicht sein. Was ist denn das hier? Geil, was ist denn das? Night V Collected. Was ist das? Ich springe zweimal. Was? Guck mal! Was ist das? Du kannst drauf fahren, das ist so eine Art Wuppet. Ein Bullshit, ey. War das? So einen Dreck geben die uns, ne? Aber eine Schaufel, ah, nee, das ist... Schaufel, Schaufel ist kompliziert. Alter, wie kann man denn damit lenken, richtig? Man muss sein Körpergewicht verlagern. Kann man die umfahren? Ne. Bleibt einfach stehen und kriegt sie gesammelt. Na toll. Dann muss man das Ding auch die ganze Zeit rumtragen, oder was? Das kann man nicht ablegen. Sieht so aus. Passiert, wenn ich jetzt einen Speer in die Hand nehme? Ja. Ne, muss man tatsächlich... Müssen wir mitschleppen. Oh, die haut mich schlecht um hier. Mit ihrer Fleischmaske, die Person. Fahren wir mit dem Ding jetzt einfach mal nach Hause, oder was? Ich bin auch... Ah! Propsen! Hilfe! Na ja, sorry. Ich hab hier so einen dicken Roten, der mich anspringt. Ich brauch selber Hilfe. Rilly, bist du wieder da? Ja, direkt wieder tot. Aber H genau, direkt wieder tot. Eine Sekunde hab ich gelebt. Der dicke Rote ist ja easy. Macht ja nix, der wehrt sich ja nicht. So. Aber die Olle, wo ist die jetzt hin? Komm, wir nehmen jetzt die Dinger und dann schwuppdiwupp weg hier. Nach Hause. Na, wir müssen schon mal... Die ist ja noch. Guck mal, die bei diesem... Ist ja egal, wir hauen einfach ab, als ob die uns hinterher kommen. Ja, jetzt musst du erst mal überlegen, in welche Richtung es nach Hause geht. Ich glaube Richtung K, ne? Richtung Kelvin, oder? Ja. Ja. Glaube ich auch. So, wo ist das Ding hier? Ja. Ja. So, kann ich steigen? Ich steige in die falsche Richtung. Was ist in die falsche Richtung? Ich fahre Richtung K. Nein. Wir müssen da über den Fluss, aus der Höhle, aus der wir gekommen sind. Ja, kann ich überhaupt nicht fahren. Ich stößt ständig gegen irgendwelche Bäume. Viele Wege führen nach Rom, Brille. Kennst du? Ne. Ich krieg das nicht hin, mit dem Ding zu fahren. Oh, ich bin da runtergefallen von dem Teil. Ich lauf lieber. Das ist mir zu doof. Müssen wir wieder über den Berg, oder was? Ja, oder außenrum halt, ne? Ach, ist das Sackgang mit der Schaufel. Ohne Witz. Aua! Was ist denn hier drin? Wir sollten an den Strand. Ich habe das Gefühl, an dem Strand ist es sinnvoller, mit diesem Ding zu fahren. Oder zumindest ein Weg. Ja. Ich habe es aufgegeben. Ich habe es liegen lassen, das Teil. In Ernst. Na klar. Ja, wenn du nur ein einziges Mal meins klaust, ne? Geht ja nicht. Ich sehe deins gar nicht. Gibt es Tote. Jetzt ist erstmal wieder ein Gegnerlager. Uh, das sind aber viele. Oh! Oder gibt es viel Loot? Man kommt ja nicht über den Fluss mit den Dingern. Und meins treibt jetzt... Man kommt ja nicht über den Fluss. Du kannst es absteigen und tragen. Aber sobald man Wasser berührt, meins ist es weg. Haut einfach ein Elch von rechts um, Alter. Was ist das hier? Nimm es doch! Ey, bist du dumpf? Alter, der Zwiebel wird so Spaß haben in der Höhle, wenn er das alleine machen muss. Was ist denn das für ein Haus-Symbol? Ach, da haben wir mal ein Zeltchen gesetzt, ne? Ja. Okay, Brille geht querfält ein. Sollen wir noch eine Höhle machen eigentlich? Weil hier ist auch noch eine. Da im Berg. Oder wollen wir jetzt nur nach Hause? Äh, wir können vor der Höhle erstmal die Folge beenden, oder? Ja, vor allem gleich wird es dunkel. Dann haben wir da zur Höhle, oder nicht? Ja, ich schlaufe dir hinterher, alles gut. Zu welcher Höhle jetzt? Da am Berg, am See, an diesem Doppelsee. Wollen wir da noch nicht? Nö. Bist du sicher? Also ich wüsste. Wie kommst du da hin? Ich fahr da jetzt hin. Ist die, wo wir grad drin waren? Nein. Doch. Alter, safe nicht. So, wenn jetzt mein Ding wirklich weg ist, es liegt einfach hier im Wasser und ich kann es halt nicht mehr aufnehmen. Ich komm auch nicht hier raus. Der See, wo wir waren, war viel größer als das Ding hier. Mene, kannst du das hier wieder rausnehmen? Warte, ich guck mal. Ich komm mal hier nicht raus. Komm nicht aus dem Wasser raus selber. Ich auch nicht. Doch hier. Was ist das denn für Mist? Komm mal hier hin, wo ich bin. Hier kommst du raus. Aber ich kann es nicht mehr nehmen. Ist weg. Ja. Doch, ich kann es nehmen. Hä? Lass mal hier ein Zelt aufbauen gerade mal. Ja. Speichern, schlafen. Jo. Warte auf dem Robsen. Ja, ich bin auch mega im Arsch. Ich muss unbedingt essen. Ich muss schlafen. Ich bin komplett gefickt. Nicht auf die gute Art und Weise. Wieso fährst du nicht? Entschuldigung, ich hab gegähnt. Voll in die Kamera gegähnt. So, Penn. Er ist ein Problem, der schiebt, ne? Es bringt nichts vorher, was zu essen oder zu trinken. Just saying. Weil man ist danach sowieso komplett leer. Ich glaube, ich baller mir jetzt im Frühstück hier schön die Austern heute. Wo soll der Höheneingang denn überhaupt sein? Weg neben uns fast. Wo? Direkt neben uns. Oh! Ja, auf der Map ist nur ein Stück. Crunchy, Wanchys. Oh, guck mal, was ist hier? Rote Maske. Ausrüsten. So, das war das. Vollkommen sinnlose Teil. Übrigens sind die, ähm, diese Schnellfahrdinger sind angezeigt auf der Map, wenn man das liegen lässt. Ich lass meins jetzt mal da liegen. Das ist auf jeden Fall nicht die Höhle, in der wir waren. Jetzt nehm ich hier, äh, liegen erstmal schön zwei Leichen und ein Prospekt. The Realm Beyond. Ein Buch. Kein Prospekt. Derek Seaside. Das ist natürlich auch schön. Ich muss erstmal hier Wasserflasche auffüllen, dann muss ich was essen. Bulli, kannst du mal kurz ein Feuer machen, bitte? Das juckt mich, du. Und wir brauchst ein Feuer. Wir haben doch gar nichts im Braten, oder? Ich hab Elch! The Realm Beyond. Ach, komm, ey. Ich krieg die Hälfte des Elchs, ich hab ja dann Feuer gemacht. Möglichst du. Oh, ich hab so viel Zeug zu essen, einfach. Krieg mal eh nie leer, weil man so viel findet. Man braucht nichts kochen, einfach. Ja, da schon wieder, aber... Hier schon mal rein. Nein! Ich wollte noch die Flasche auffüllen. Haben wir das hier? Ja. Yes, you can. Wer hatte die Folge, du oder ich? Ich, weil ich glaube, ich hab dich begrüßt mit... Euer Zwiebel... Nee, euer Brilli. Ja, okay, dann... Ja, dann, äh... Lieber Ropsen, lieber Brilli, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen und bis zum nächsten Mal. Ja, ne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.